Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JMK-TV und es ist Zeit für eine neue Cheap Vehicle Challenge! Diesmal gibt es einen kleinen Twist, denn das Thema ist Blast to the Past. Was machen wir jetzt? Bier trinken. Ah, das kann ich. Voll cool! Nö! Ihr dürft eure Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mofas anfangen könnt! Noch Bier besorgen, oder? Ja, Bier sowieso! Genau!